Was ist das? Heute geht es um die Schwingteeschlacht. Ich habe eine frische Treppspier. Das ist eine Wetterlange Schmuck, was nicht bloß geschmalkt ist, weil es bloß die Reinefleisch gibt. Aber wenn das nicht schmecken soll, dann wird einer so ein Mostaza über. Dann kommt man nach Verrüsselung. Dann haben wir vier Fohlen. Das ist so ein Gelit Mostaza. Und da macht eine Apostelitung nicht mehr. Jetzt wahrscheinlich schmeckt das. Das ist so. In einer frischen Brot, die sind es an der Mama, die Rutsch gebackt haben. Mhhh. Dann haben wir einen Schlitz Kaffee. Und wenn das fehlt ist, wenn das nicht so ist. Musik 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 Das ist ein sehr guter Mensch, das ist ein sehr guter Mensch, das ist ein sehr guter Mensch. Don't have to feel it. Look at you. Maury, we're a water-feinander. I'm gonna go back to the right. We can't sleep what is here? And you can't get the pillow, right? Chating and salt and the bread. Die Schlachtschritte Die Schlachtschritte Die Schlachtschritte Die Schlachtschritte Wir müssen die Schlachtschritte Es ist ein großartiger Party. 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 Wenn man sich mal alle isch gekehrt hat, dann finde ich mir viel überrasch. Musik 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 Das war's. Ich habe zwei Hände, ich schaue mich an. Ich bin in der Nähe, kommt mir an die Leberwarsch. Meine Mama merkt, dass hier viel für Leberwarsch ist. Wir rühren hier so, hier haben sie Geräume. Feuer! Scheiße! Und hier ist es Raouls. Keine Ampilla. Schuss! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hi. 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 Wenn wir hierher kommen, dann rüten wir schon schön, ein paar frische Lauf und dann ein Monat und dann wohnen und Lauf und man brennt eine Ehe und Lauf und gleich, wenn er rüberbrennt, dann war der Gläckse bis zu steigen. Dann haben wir sich immer Rüte dran, und es ist dort, weil schließlich kiecht wird alle Rüte. Wenn du kurz dreieinhalb Stunden gerietest, direkt die frische Rüte in irgendeine Haut da fahrt dich jetzt schmarrt. Leberwasch, die versteckten lange nicht alle Montenmärten. Viele Menschen lächeln nicht Leberwasch, aber wenn ihr wissen, was von der Saft wir haben, da würden irgendwer Leberwasch lächeln, die sind bloß extra, extra gemerkt. Und das hier hast du ja ein Klement drin gelohnt. Okay. Dann hier ein Brotchen so noch, wir haben die so den recht verschmieren, der verschmiert einfach Fein, aber dann die Chilis mag, und dann noch mal unbedingt auch Sampeber. So steht. Und wer nicht Leberwasch kann, da habe ich nicht mehr gelohnt, weil es scheint das zu machen. Mmmmm. Okay. Okay. Wir sind unsere Wir sind ja alle wir in der wir sind ja alle bis jetzt bis jetzt auf diesem was. Ich meine